So, wir, ich und der Darkfight und Darkfight und ich, haben uns ein neues Thema ausgedacht. Und zwar spielen wir Hide and Seek und dabei gibt's coole Facts über Dr. Herbst. Nicht Dr. Sommer, nicht Dr. Winter, nicht Dr. Frühling, nein, Dr. Herbst. Ich hab's ja jetzt schon weg. Ich versteck mich jetzt hier irgendwo am Arsch der Welt. Tja, so, ich will jetzt mal fest werden, sonst werde ich gleich gefliegt. Und, apropos, und zwar haben wir hier ein paar Fragen, die wir auch beantworten werden. Oh, 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 da ist er, da ist er, Bruder. So, ich fang mal mit der ersten Frage an. Selina 13, kann ich von Oralsex schwanger werden? Was sagst du dazu? Man weiß es noch nicht. Vielleicht verletzt du ihn nicht jetzt. Nee, also, ähm, gut, es ist möglich. Man sollte vielleicht etwas wie Domestus nehmen, später, um den, äh, um das wieder auszuspülen. Sonst kann es schwere Folgen haben. Tja. Ich lese das gerade durch. Oh, das Original ist noch viel besser. Jetzt komm ich, ähm. Jetzt kommst du mit deiner Frage. Marina 13. Seit zwei Wochen habe ich einen festen Freund. Einmal saßen wir auf einer Parkbank. Der küsste mich. Dabei legte er seine Hand auf meinen Schenkel. Oh, so geil. Stieß sich zu Schneebein. Das klingt wie ein Roman. Das klingt wie ein Roman. Einmal und spürte dort einen flaschenähnlichen Gän. Kann es denn, dass man vorne heimlich trinkt? Hättest du das berühmte klassische Filmzitat vom Sexsymbol Mary West? Hast du eine Knarre in der Hose oder freust du dich, nur mitzusehen? Du siehst daran, du musst überhaupt keine Gedanken machen. Sehr wahrscheinlich ist dein Freund keiner will, sondern einfach nur einer von der Mafia. Oder, aber er freut sich, dich zu sehen. Dann weißt du es nicht. Dann weißt du es einfach nicht. Das ist doch mega lang. So, jetzt komm ich mit einem richtig geilen Markus 14. Lieber Dr. Sommer, ich möchte bald zum ersten Mal mit meiner Freundin schlafen. Dr. Herbst. Ach, egal. Ein Kumpel hat mir gesagt, dass dabei das Jungfernhäutchen platzt. Nun hab ich Angst, dass meine Eltern durch den Knall wach werden und uns erwischen. Guck mal, stell dir einfach mal so vor, die haben jetzt einen weiß Bescheid hier und dann plötzlich so BOOM. Ganz Haus-Eppel. Also BOOM. Oh, scheiße, Mann. Okay, legst du weiter. Ist dann wie ein Erdbeben. So. Und die Antwort auf diesen Satz, ich werde getötet. Ah, ich bin schon tot. Du bist tot. Du bist tot. Ich lebe. Egal. Auf jeden Fall. Die beste Antwort war, geht doch einfach ins Kino und schaut einen Actionfilm, während ihr das erste Mal habt. Lies weiter, lies weiter. Wenn da gerade so viel Action passiert, dann wird niemand dieses Platzen hören. Alter, stell dir vor, das wäre so laut, einfach so BOOM. Wie so ein Erdbeer, so BOOM. BOOM. Ja, und meine Sub-Familie merkt doch keiner mehr, ne? Merkt doch keiner. So, jetzt bist du wieder dran. Oh, ich nehme Raffaela. Raffaela, 17. Eine Freundin hat mir abgeragt mit meinem Schatz, Oral und Anastix, gleichzeitig aus. Was meinen Sie dazu? Na, wir antworten natürlich immer. Tja, das ist eine gute Frage. Die Gerechtigkeit auf Ausführung von Oral und Anastix ist schon aus den Antomischen Gründen gar nicht möglich. Bei dir wissen wir das nicht. Es gilt vielmehr, die richtige Reihenfolge zu beachten, um im Moment ein unliebsamer Geschmacks. Oh Mann. Vielleicht kommen ja auch noch Stücke mit raus. Ah, das schmeckt doch bestimmt voll gut, ne? Also, wäre ich dafür nicht. So, ich... Warte, warte. Zwei Leute und einen Genie. Ich habe euch einen Wunsch. Ich wünsche ihm Geschmacksmärchen im Hintern. Echt Jahre später. Und, wie ist es so? Ja, man hat Zeit gewöhnt, sieht man dran. Okay. So nah, wirst du sich das dann vorstellen, aber? Ja, ich glaube auch. Hast du noch mehr Fragen? Während ich hier gerade am Suchen bin und niemanden finde? Apropos, wo bist du eigentlich versteckt? Ich such dich mal gerade. Wo bist denn du? Ach, du bist gerade gestorben? Nein, ich lebe nur. Oh, ich sehe dich. Hallo? Was, bist du hier in der Nähe? Nein, ich habe das Optifan. Ich kann nicht schrafen suchen. Jetzt bist du viel zu weit. Wir gehen mal wieder weg. Dreh ein Turnaround, please. Nein, ich bin ins Loch gefallen. Ich komme mir nie wieder raus. Oh, du bist du. Hilfe. Egal, dann kann ich jetzt währenddessen noch Fragen vorlesen. Du, 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 du. Hui! Okay. Fahren Sie fort? Ja, Verena15. Ich habe kürzlich zum ersten Mal mit meinem Freund geschlafen. Über die Verhütung konnten wir uns nicht einigen. Ich war für ein Kondom, aber mein Freund meinte, wenn wir es von hinten machen, könnte nichts passieren. Stimmt das? Ja, das ist halt die Frage. Von hinten oder von vorne? Ich habe 150 Punkte gekriegt. Ich habe nichts gekriegt. Ich freue mich. Ich als geiler Stein-Sound. Eigentlich ist ja die Frage, welchen Eingang er benutzt hat und nicht ob vorne oder hinten, ne? Ja, auch wieder. Äh, welch... Wieder die gleiche? Achso, haben wir die gleiche. Ja, das war es jetzt eigentlich schon mit der Runde. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir jetzt aufgenommen haben. Ich habe keine Ahnung. Ich schätze mal so auf 10 Minuten. Gut geschätzt, war. Könnte hinkommen. Und dann sehen wir uns direkt bei der nächsten Folge. Morgen oder übermorgen oder wann immer sie kommt. Wiedersehen. Wiedersehen.